Gut, also, da kommt schon unser erstes Helferkind an. Mal gucken, von der oder von der Seite. Ich bin jetzt ganz gespannt. Auf jeden Fall, wenn wir es kommen, bitte ganz dollen Applaus machen, denn das finde ich ganz schön mutig, hier vor 5000 Leuten aufzutreten. Also, Kinder, jetzt noch, da kommt er, auch erwachsen, ganz doll klatschen. Ja. Wow. Hallo. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Volker Rosin. Wie ist denn dein Name? Vanessa. Vanessa, wie alt bist du? Ja, ich bin jetzt bestimmt schon zur Schule, oder? Ja. Welche Klasse? Zweite. Ah, okay. Woher kennst du denn das Lied mit den Händen? Vom Kindergarten. Wow, das ist ein guter Kindergarten. Wow. Vanessa, das ist dein Mikrofon. Sag doch mal Hallo da rein. Hallo. Vanessa, ich muss dir was verraten. Dieses Mikrofon, was du da vor der Nase hast, das ist nämlich ein Zaubermikrofon. Hä? Ja, und das funktioniert so. Wenn du da nicht Hallo rein sagst, sondern laut und deutlich rufst, Hallo Freunde. Dann rufen alle Freunde von Werningerode zurück. Hallo Vanessa. Oh, ob das funktioniert? Ich bin gespannt. Ruf mal rein. Hallo Freunde. Hallo Freunde. Hallo Vanessa. Hey Vanessa, hat ja funktioniert. Dann können wir anfangen zu singen, oder? Na, nehmen wir mal los. Na, komm. Also, Karol ist drin. Funktioniert aber noch nicht. Müsste aber funktionieren. Wir singen einfach mal. Ich hab Hände sogar zwei und auch Haare mehr als drei. Ich hab einen runden Bauch und ne Nase hab ich auch. Ich hab links und rechts ein Bein und ein Herz, doch nicht ein Stein. Und jetzt bringe ich dir zu. Hallo Du 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 Du. Ja, 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 la, 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 la. Und alle klatschen. Ja, 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 la, 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 la. Nur das eine Lied, das gibt's doch nicht. Und das ist das Lied. Über wen? Über ein Lied. Genau, alle zeigen die Hände. Wir singen mit Vanessa. Ich hab in der Soga zwei und auch an der Zeit. Ich hab einen runden Bauch und ne Nase beschaut. Ich hab nichts und rechts ein Bein und ein Herz, auch nicht ein Stein. Und jetzt kenne ich dir zu. Hallo, du, du, du. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Es gibt Lieder übers Lachen. Ha, 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 ha. Und auch Lieder übers Schimpfen. Na, na, na. Nur das eine Lied, das gibt's doch nicht. Nö, nö. Und das ist das Lied. Über wen? Über ein Lied. Genau, wir zeigen die Hände. Und singen mit gemeinsam. Ich hab Hände sogar zwei und auch Haare mehr als zwei. Ich hab einen runden Bauch und ne Nase auf mich auf. Ich hab nichts und rechts ein Bein und ein Herz, auch nicht ein Stein. Und jetzt kenne ich dir zu. Hallo, du, du, du. La, 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 la. Und schneller. Und zum Schluss Vanessa noch mal alleine. Ich helb nicht. Ich hab Hände sogar zwei und auch Haare mehr als drei. Ich hab einen runden Bauch und ne Nase hab ich auch. Ich hab links und rechts ein Bein und mein Herz ist auch nicht aus Stein. Und jetzt winke ich dir zu. Hallo, du, du, du. Vanessa, das war aber gut, meine Liebe. Ich hab dir was mitgemacht. Schau mal her, weil du so toll warst auf der Bühne, gibt's natürlich eine kleine Erinnerung. Und das habe ich hier. Schau mal. Nämlich so einen Button. So einen Anstecker. Und das muss ich kurz den Kindern erklären. Das ist nämlich ein Ehrenbutton. Den kriegen nur die Kinder, die hier auf der Bühne stehen. Und da steht drauf geschrieben, ich habe mit Volker Rosin gewonnen. Die mag ich dir sofort, weil man sagt, dass er sich toll macht. Deshalb gibts von mir den Ehrenbutton und vom Publikum einen tollen Applaus für den sensationellen Erinnerung. Danke schön. Danke schön. So, jetzt geht's.